So, da sind wir auch wieder. Letztes Mal haben wir euch da hängen gelassen. Was hier passieren wird, wenn wir den Hebel betätigen. Hebel. Schauen wir nach. Nichts. Ähm, ja, äh... Nichts, ich habe ihn betät... Tja. Ähm, okay, äh... Ja. Ah, 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 da, jetzt, Hebel, Hebel, betätige, wie dann? Ja, ich doch. Hast du B gedrückt? Ach so, man muss gedrückt halten. Ah. Jetzt sieht der Hase irgendwie böse aus. Ah. Dich doch, halt, dich doch, halt, dich doch, halt. Ja, ich gehe da auch gerade ein bisschen. Jee, du hast es geschafft. Wir sind solche Genius. Und ich frage mich doch immer, was dieses... Dieser Feuerpfeil da bringt, wenn ich es nicht schaffe. Der Ritter dachte zurück an seine Kindheitstage und an die Aufregung, die die dunklen Korridore hervorgerufen hatten. Er hat sie fast in die Hose gemacht. Als die Spinnen klein waren und die Skelette ordentlich in den Ecken gestapelt wurden. Also, Ritter hat Angst vor Spinnen. Wissen wir jetzt. Und die Skelette werden gestapelt. Richtig geordnet nach Name oder Anfangsbuchstabe. Das ist ein Verlies. Das ist sein Zweck. Das ist sein Zweck. Ich habe mein Schwerk und meinen Umhang. Ich bin der König des Schlosses. Ich zerstöre alle meine Feinde und führe meine Armee in den Sieg. Wir sind unbesiegbar. Hopse. Wir sind unbesiegbar. Das sieht man. Hey, warte, warte. Da unten ist... Ja, warte kurz, dann kann ich den... So, und jetzt warte. Jetzt mach ich da oben noch eine Kiste dran. Genau, jetzt können wir da schön rauf. Oder auch nicht. Hoppala. Ich habe da nicht gegnissen. Getötet. Warte, warte. Ich muss noch einmal planken. Komm her. Da ist noch so viel Zeug, was wir sammeln können. Ja, wollte ich ja. Ich wollte dich einsperren. Ich war so unartig. Ja, toll. Jetzt habe ich zwei Planks ge... Yay, du bist eingesperrt. Nein, nein, nein. Ich komme jetzt wirklich nicht mehr raus. Nein, ich... Tschüss. Ich mache einfach da kleine Planks her. So, jetzt kommst du rauf. Sehr gut. Ich weiß nicht, wie uns das helfen wird. Geh du mal durch. Nein, doch nicht. Ähm, ja. Oh, oh, kannst du da so eine Plank hinstellen? Ich weiß nicht, ob das so 3D ist, aber... Ach so, ja, ja. Was heißt 3D? Ach so, du kannst es ja... Genau, du kannst es aufschließen. Yeah, sehr gut. Pass auf, da ist so... Nice idea, Herrsdach. Gut, wollte ich ja ausprobieren. Ähm, tja. Das muss man halt können. Schießt du mal. Yay. Ähm... So, hörst du auch. Das sollte jetzt passen, passt. Ah, da tattest du doch. Pass auf. Ahaha. Okay. Ich bin durch die Plank getötet. Geh mal weg, dann komm ich da. Dann stell ich das wieder auf dich und dann beschwerst du dich. Ja, kein Wunder, wenn du einfach so eine Box auf mich stellst. Oh, warte, da oben ist was, da oben ist was. Yay, und... Lass mich kurz die kleine Box da... Ja, ja, ich töte doch mit den Typen da. Sehr gut. Muss schneller gesund werden. Ja, ich wünsche es auch. Komm rüber. Okay, das bekommen wir nicht mehr. Okay, das geht nicht. Oder wir springen kurz hoch und du stellst die Box dorthin. Du meinst so auf Oldschool einfach mal raufklettern? Ja. Okay. Und die Kiste. Äh, wie wäre es, wenn es mich nicht runterhast? Sorry. Du lustige Frau, hörst. Ich finde diese Steampunk-ähnlichen Kästen sind sehr cool. Das geht so nicht. Dann gib mal kurz dir eine Planke hin, dann kann ich mich da raufstellen. Dann kann ich weggehen und dann hast du mir Platz. Na, passt schon so. Nicht auf mich. Geh weiter weg! Dankeschön. Geht er? Ja, ich bin urder... Champion. Oder auch nicht. So, da werden wir jetzt auch nochmal eine Plank. Du könntest eigentlich schon weiter, weißt du? Ach nee, lieber nicht sterben. Ich meine, du könntest auch rauf. Ach so, ja, das... Weil, das ist... Das schaffe ich nicht. Nein! Du dich da links auf dieses, genau. Oh, das geht nicht. Schade. Zeig nicht, dass ich da jetzt runterkommen muss. So, jetzt aber. Hüpf. Ich hüpf, ja. Ich weiß nicht, wo es ist. Ach Gott, scheiße. Ich weiß nicht, wo ich bin. Aha! Sehr gut. Jetzt gib deine Plank hin. Ja. Aber ich befürchte... Genau. Was das hält. Ach, das geht schon. Yeah! Was macht das? Was macht das? Was kriegt das? Geh weg, pass auf! Die meinen die Dinger. Ja. Opsi. So, ich bin... Ich räum mal hier auf. Ich glaube, da müssen wir so durch. Hier. Geh. Ich bin, glaube ich, zu tief gesunken. Ah nein, das sind die ganzen Kugeln, die du runtergeschöpst hast. Ja, nein, und du warst zu tief, äh, zu lang. Käse. Äh. Blöde Frage, aber wie soll ich da... Achso, okay. Einfach nur. Wie der Hebel. Wie der Hebel. Oh. Äh. Geht jetzt ganz rauf auch, oder? Inscheinend, ja. Oh, sehr cool. Ich werde jetzt einfach mal der Ritter bleiben, weil der kann sich da... Der kann sich da gut verteidigen. Oh, ich bin wieder da. Ja. Okay, wohin jetzt? Links, oder? Da ist seine... Platform. Und jetzt? Achso, das heißt, ich sage gerade, der Zerrat und der Falle. Ich weiß nicht. Kannst du dieses Sinster bewegen? Ja, aber was bringt's? Ah, du... Du bewegst das ja, was auch immer das ist. Ja, ich kann... Das ist... Nein, das ist nur... Du kannst dich ja theoretisch mit diesem Ding rüberholen. Genau. Äh, äh, du bist... Geh weiter weg! Da ist was über dir! Ach, war ja! Kindchen, Kindchen! Das ist ja, als er sieht man nicht. Das ist ja der Sinn der Sache, dass man es nicht sieht. Ich fürchte... ...dass ich da gerade nicht weiterkomme. Äh, ich weiß echt nicht, wie dieses Ding... Eine Würfel sieht? Eine Würfel sieht. Ha, ich werde jetzt einfach mal das... Ich bin... Ich bin... ...dass ich da... So... Bissi rauf, Bissi rauf, Bissi rauf. So, jetzt aber! Yay! Achso, ja, warte, warte. Ich kann dieses Ding ja irgendwie wegheben. Gehst du? Das wollte ich gerade sagen, dass das irgendwie... Einfach doch rennen. Tja, ja. Warte, warte, warte. Äh, was? Hey, sehr schlau, oder? Warte, 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 da ist noch was. Kann man da nicht raum? Schade. Wir beginnen das nicht. Okay. Oh, das ist wieder so, wieder beliebt. So, aah. Wir müssen da jetzt echt aufpassen. Pass auf! Ich bin tot. Oh, schade. Ich spring nochmal in das blaue Ding rein. Ohne dieses... Oh, wenn du zielst, dann springst du total bescheuert. Oh, das ist sehr nett. Ja, ich tue jetzt eh, äh, verteidigen, dass er dich nicht trifft. Oh, das ist ein bisschen... Äh, wollen wir einfach durchgehen, oder wollen wir uns dem Viech da unten stellen? Das ist nicht für recht. Wir können ja klettern, was für... ...viecher ist... Das sind, denke ich, Schlau-Viecher. Ah, nein, wir brauchen einen Hebel. Da ist ein Hebel. Da ist ein Hebel. Ich denke, wir müssen das. Okay, gut. Wow, warum bin ich schon gegangen? Tja, keine Ahnung. Du, das... Okay, warte, ich plänke uns da jetzt mal kurz was. Du, immer mit deinem Angeberischen hier. Sieht doch cool aus, oder? Mhm. Da schneit mal Kunst, liebe Leute. Oh, Käse. Warte, ich hole das einfach mit dem Zauberer. Ich hole das mit dem Zauberer. Hab ich gesagt, da oben sind... Ach Gottchen, da oben sind doch Zacken. Das heißt, ja, du hast schon wieder die Hälfte deines Lebens. Kann ich die ganze Zeit abkratzen hier. Sollen wir mal da runterschauen? Ist da was? Also irgendwas hat sicher mit diesen Boxen hier auf sich. Oh, der schöne Plätscher und der Wasser. Geh mal runter von diesem Ding. Ich muss doch einen Grund geben, warum da solche kleinen Kisten sind. Also, liebe Leute, falls ihr wisst, was es mit diesen Kisten hier auf sich hat, schreibt sie in die Kommentare. Wuppala. Ich sterbe auch gleich. Vielleicht kannst du dir die kleinen Kisten da fixieren dran. Ich glaube, das kann man nur mit denen machen. Das ist doch nichts. Weil das... Deswegen komme ich da nicht drauf. Hm. Ah, jetzt ist das zumindest fixiert. Ich glaube, ich sterben wir gleich. Sollen wir kurz zurück zu dem blauen Ding? Ich sehe gerade nichts. Du bist gleich im Arsch. Jetzt bin ich im Arsch. Oh, weia. So. Das ist ein Urmühsam hier mit diesen blöden Dingern da. Wir können nicht beide gleichzeitig, glaube ich, rauf. Das geht einfach nicht. Tod. Bitte geh zurück zum blauen Ding. Jurey. Versuchen wir es nochmal. Boxe. Okay, warte mal. Ich werde jetzt einfach noch eine kleine Box machen. Hey, ich stehe da in den Stacheln. Cool. Und du überlebst es. Gell? Und ich überlebst. Hey, warum ist da... Warum ist die zweite Box jetzt auch weg? Wenn da oben noch eine Box ist, kannst du ja zwei Boxen nicht machen. Ich verstehe echt nicht, wie wir das... Gib Planken rein. Meinst du? Ja, nicht so. So schief. Das bin, glaube ich, nicht so. Wir müssen... Obala. Ich muss mal den da wegtun. Äh... Schieben wir... So, jetzt haben wir zumindest da den ersten. Das gibt's ja nicht. Warum, warum... Das ist ihm so unfähig. So, jetzt hab ich das zumindest fixiert hier. Okay. Oh, du bist wieder... Was? Oh, du bist wiedergekommen. Ich verstehe. Oh, du bist wiedergekommen. Nicht einfach so. Nicht einfach so. Ich hab mich in den Zauberer verwandelt und bin rüber. Oh, ja. Boah, geht mir das jetzt gerade echt am... ...Hintern. Nein! Das gibt's ja nicht. Jetzt war ich oben. Schau, jetzt lieg ich dort. Ja, ich war auch mal größer oben. Das gibt's ja nicht. Ich kriege mich da nicht ab. Äh... Das ist dein Handy. Oh, das ist mein Wecker. Ich werde mal kurz... ...den Blödsinn abdrehen, ha? Das ist so als Aufheiterungsmotivierung, dass ich noch weitermachzeuge. Ja. Tja. Da ist sie jetzt dran schuld, ja? Das ist... Das ist... Gibt's ja nicht. Entschuldigung, aber sonst gieße ich nicht meine Pflanzen. Das ist mir doch ziemlich wurscht. Wir sind hier im Let's Play. Ja, ja. Okay, so wird das nix. Okay, ich kann das nicht. Wow, ich bin oben. Geh rüber, rüber, rüber. Rüber, rüber, rüber. Rüber. Scheiße. Okay, ich bleib jetzt mal stehen. Okay, ich bleib mal kurz tot, bis du weiter bist. Hebel. Hebe den Hebel. Nee, echt jetzt. Echt jetzt? Nee. Echt jetzt? Ich geb's ja nicht. Okay, ich geh jetzt nochmal rauf. Ja, ja. Bevor wir da wieder rauf sind. Okay, du, wenn ich auf sich schiffst. Wie soll denn das? Wie soll denn das? Hö, ich geh kratzt? Da ich gerade tot bin, konnte ich nicht hinziehen. Wow, ich bin auch gleich im Arsch. Schatz, Ruhe. Yeah. Verzauber der Gesundheitskristall. Wer kriegt den Bohnen, den Gesundheitskristall? Ich würde sagen, den rüsten wir jetzt gleich dir aus. Wieso denn? Erhöht die Wirkung jedes gesamten Gesundheitstragendes. Ja. Naja, aber ich denk mir, hm. Na gut, denkst du ja. Achso, kannst du noch ins Blaue? Ja, ja, klar. Ich bin wieder am Leben. Okay, so liebe Leute, bevor wir da jetzt runterstürzen. Stürzen! In die Tiefen des Nichts ist halt. Mit Wasser. Mit Wasser, das Nichts mit Wasser. Sagen wir mal Tschüss. Tschüss!